Okay, Freunde, ich spiele natürlich wieder mit unserem gut bekannten Team Lacazette und Sturridge. Er bleibt auch bei seinem Team. Ich muss sagen, das ist echt ausgeglichen immer gewesen, aber wir müssen heute jetzt echt, also jetzt müssen wir gewinnen, dann sieht es nämlich richtig gut aus. Lacazette, Lacazette, weitergespielt und Sturridge, der muss doch sitzen, sowas muss doch reingehen. Nochmal, ah, ja, Nachschuss, Tor, kein Abseits, oder? Oh mein Gott, ja, das ist klar, man, dann lässt er ihn immer noch so, dann hofft, ja, dann gibt es immer noch so Hoffnung, Freunde. Lacazette, schieß mal, oh, Nachschuss, da ist das Ding jetzt aber wohl, jawohl, man, kein Abseits, oder? Und was denn? Wollt ihr mich verarschen? Warum steht ihr dann die ganze Zeit im Abseits? Jawohl, genau, und jetzt ist er durch, und da ist das Ding. Genau, und Sirito hält ihr nicht, ist klar. Ja. Oh, mein Koch, dieses Spiel. Oh mein Gott, dieser Pass. Und Betten, der geht nicht rein? Das ist nicht zu glauben. Gott, warum haben wir keine Schüsse? Wir haben tausend Schüsse gehabt. Okay, ja, wahrscheinlich Abseits, Freunde, Abseits. Zweimal, genau. Egal, wir bringen Ibra rein. Juckt jetzt nicht. Ja, spiel direkt den Gegner an. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Ibra, 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 Ibra. Der geht nicht rein, ne? Der geht nicht rein. Jawohl, schön, genau. Und jetzt Dinier, er fout ja richtig wieder. Genau, und der macht ihn auch nicht rein. Wir kriegen kein Tor. Wir kriegen einfach kein Skratt. Und bringt den Eckball sehr perfekt. Dinier. Dinier. Und nochmal Eckball. Was für ein Pass. Dinier zum 5000. Mal. Und schon wieder eine Ecke. Ist klar, Freunde, ist klar. So geht das die ganze Zeit. Wir kriegen einfach kein Tor, ne? Das Momentum ist nicht auf unserer Seite, mein Freund. Shin. Jetzt aber vielleicht mal. Vielleicht mal Tweedy. Und da ist das Ding. Kommt 2-1. 2-1. Ganz ehrlich, da geht was, Freunde. Da geht noch was. Oh Gott, oh Gott. Nein, Mann. Jungs, das gibt's nicht. Tor. Das ist Dreckspiel, Mann. Tor. Digger, nur hohe Bälle, Alter. Jungs, das ist vorbei. Nichts. Wird auch nichts. Wow. 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 Krank, kranke Sache. Was soll ich dazu noch was sagen, Freunde? Was soll ich dazu sagen? Wow. Er macht den nicht. Er ist vorbei, Freunde, er ist vorbei. Jungs, ob das verdient war, ich sag dazu gar nichts. Ja, vielleicht, ja, vielleicht nicht. Ich weiß das auch nicht, Freunde. Wie blöd wir einfach sind, die Tore nicht zu machen. Zwei Abseits-Tore läuft bei uns. Und dann verlieren wir halt das Ding, ne? Ja, so ist das Leben. Das soll's gewesen sein. Also, ich weiß ja nicht, ob das so eindeutig war. Wir haben einfach wieder kein Tor gemacht, ganz ehrlich. Sonst machen wir immer die Dinger rein. Jetzt nicht. Das heißt, es ist vorbei. Jungs, das soll's gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mir sowas nochmal antue. Das ist ehrlich unnormal, anstrengend und so. Meine Nerven, ganz ehrlich, sind tot. Und ja, Freunde, das soll's gewesen sein. Wir haben alles verkackt wieder. Kennt man doch von uns. Also, macht's gut. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Und haut rein.